hallo und herzlich willkommen zurück zu small and survive the wilds ich stehe vor meinen neuen errungenschaften das wollte ich nicht so um das alles hier zu bauen dann brauche jede menge eisenbahnen eisenbahnen hier zehn für ein schwert und eisenbahnen reich hier drin mit fünf eisen splitzer splitzern er spielt dann und holzkohle holzkohle sollte nicht das problem sein ein splitter junge 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 muss man bett da geht dann jetzt gleich los und zwar in richtung auf die karte ich muss dahin markiere ich mal diese black hornet da bin ich noch nicht bereit für war ich gleich wie es ist raus aus der putze und in richtung dahin okay das hat ebenso gelingt konnte nicht fliegen ich bin immer abgestürzt einen plan warum guck drauf die grafikkarte ist bei 60 prozent ja der cpu bei 40 also das kann es nicht sein ich muss muss denn hin dahin da muss ich hin was hier vorne schon nie da hinten glaube schon ja genau so die eisenspitzhacke habe ich so ich habe drei was bist du denn was war das ist noch nacht tatsächlich okay denn es ist tatsächlich noch nacht gewesen okay dass die fünf ne das sind ja noch mehr von denen jetzt gut aber oder färre punkt punkt euch hat er mich gesehen hat er mich gesehen hoffentlich nicht okay gut das ging mal eine zeit lang nicht mit mit der eisenspitzhacke konnte man hier nix farm so wie jetzt war er liegt ja noch rum was 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 wo wer wer greift mich an hallo ist doch echt nix ich krieg jedes mal nur drei raus naja hier ist nix mehr auch dich feuerstein um reisen splittert nee ton war das nicht ton aber ton gibt es hier keinen nö okay oh ähm das könnte gefährlich werden warte essen band nehmen habe ich den jetzt genommen ja genau jetzt mit der nummer 6 und das ist halt ab hallo digga kommen wir her ich bin bereit so ich dachte ich kann mit dem gar nicht blocken kann ich doch ich habe doch im verband genommen da geht nicht mehr okay nicht gut verpflegst ich wollte mir noch verbände machen machen okay das wird wohl nix werden da muss ich gleich wieder zurück ja leben geht langsam hoch aber ich habe nur noch vier verbände ich wollte mir diese dicken verbände machen wie heißen die heilpflaster ne die wollte ich mir bauen aber habe ich vergessen dass sogar extra fasern sammeln um das zu machen ist jetzt besser in der ego perspektiven über das z oder das neben ne 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 das sind ja richtig bescheuert aus und das noch mal so ein ding hallo ich will nur deine reisen wenn du dein bestes ne 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 Oh. Ah, Mann, nicht. Das, das, wenn ich ballert hab, jetzt kommt mir hier nur noch ein zweiter. Nein! Gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht gut. Okay. Oh, Verband. Verband, Verband, Verband. Ähm, Essen. Essen. Äh, wo ist jetzt der zweite? Ich muss erst nochmal ein bisschen mehr Leben regenerieren. Also Doppelschlag, also mittlere Maustaste und blocken danach, das scheint nicht zu funktionieren. Okay, kann mein Leben erreichen. Nicht dein Ernst. Kommt jetzt ein Gewitter. Ist nicht dein Ernst. So, wo war ich? Ja, unten, ne? Okay, wo ist die zweite Kakerlacke hin? Wo schaue hin? Alles durch. Ja, dann, ich höre noch irgendwo eine, ne? Okay. Warum denkt das wir erwarten? Aber dafür brauche ich das Zeug, ne? Hm, ja, Stein könnte ich mal. Aber Stein habe ich, glaube ich, noch, dann noch. Äh, okay. Und geht's hier lang? Äh, hä? Was ist das denn? Nein, nein. Kein Fall. Ähm. Warten mal. Kann ich hier nicht in den Einstellungen bei Grafik irgendwas erlaut machen? Textur, Schatten, Gesäule, Sichtweite. Ach, doch, da, Helligkeit. Da kann ich hochgehen. Das war auf sieben, muss man merken. Äh. So. Ja, es ist hell, aber sehen tue ich nicht wirklich mehr, ne? Und ich höre hier ständig diese... Kakerlacken. Da, siehste? Hm, was ist mir da los? Komm, ich blocke doch. Was ist los mit dir? Komm her. Mann, Mann, ich hätte warten sollen, bis mein Leben da durch ist. Au. So, jetzt geht nicht anders. Ich muss draufhauen. Ich muss draufhauen. Okay. Soweit, so gut. Okay. Aber das war jetzt gar nicht gut. Ich habe noch zwei... Oh, Mann. Nee, das ist, äh, das nix. Wohlgenährt, Leben geht hoch. Okay, aber das war jetzt eine blöde Idee, hier durchzugehen, oder? Ah, Leben geht langsam hoch. Aber ich habe nichts mehr, ne? Oder? Oh, einen hätte ich noch. Aber... Wie es aussieht, wird das hier hinten nicht besser werden. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Ehe ich hier in Gefahr gerate. Ich besser nochmal raus. Und natürliches Gewitter. Äh... So, kann ich jetzt hier mal ein Bild von machen? Leicht. So vielleicht? Ähm... Okay. Mach ich da mal ein Bild von. Okay. Und dann gehe ich nach Hause. Das bringt es hier nicht. Ist hier oben noch mehr Eisen? Ohne Kakerlaken vielleicht? Äh... Ja, hier unten sehe ich noch was... Was ich übersehen habe. Warte mal... Ist das ein anderes Rohr? Bei dem einen Rohr war doch hier so ein Gitter vor. Bei dem einen Rohr war doch so ein Gitter vor. Irgendwie... verwirrend. Ja, ich höre euch. Ich höre euch alle. Äh... Nee, ich glaube, da ist nix mehr. Oder? Oder vielleicht in der Richtung. Wir gucken. Ich mag das nicht mit dem Wetter, wenn es immer... Ach, da hinten, ne? Okay. Ich da ran. Natürlich nicht. Au! Und schon wieder halbtot. Fast halbtot. So ziemlich ganz tot. Äh... Nee, nicht gut. Nicht gut. So hat das nicht funktioniert. Hm... Ein Pflaster vielleicht? Nee, hab ich nicht. Vielleicht mal was essen. Dann geht die Gesundheit ja auch hoch. Oder mal nach Hause düsen. Wie wär das? Okay, mach mal. Indem ich jetzt hier... Boah... Speichern. Er hat da gespeichert und geht dann... Beenden, bestätigen. Und dann bin ich wieder zu Hause, wenn ich mich einlogge. Alles gut, bis gleich. So, lädt wieder. So, da sind wir. Okay, kann ich jetzt vielleicht mehr Eisen... Barren machen? Okay. Ja, so ein paar, ne? Ich brauche noch ein bisschen Holzkohle. Holz, 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 Holz. Holz? Nö. Äh... Holz? Nö. Holz vielleicht? Hä? Was war mein Holz? War das? Ah, da. Holz. Okay. Für Eisenbaum brauche ich Holzkohle, okay. Kann machen 10... 14? Aber brauche ich 14 Holzkohle. Okay. Komm, ich mach alles. Rest kommt in die Kiste. In der Gelände. Ah, das ist gut. So, Eisenbaum. Okay. 14? Nur 14? Oh, Mann, ey. Habe ich noch mehr? Irgendwo hier drin? Jo. Aber ich... Ich habe jetzt 20 Eisenbahnen. Da bin ich mal gespannt, was ich damit machen kann. Und damit sage ich, äh, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann übermorgen nochmal. Gehabt euch gut und... Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.